Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich sie letzte Woche angerufen hätte, dann hätten wir noch was tun können, aber so... Können wir jetzt bitte zusammen... Ich werde nicht mit dir gesehen werden, du bist peinlich. Komm mal her, hauch mich mal an. Bist du eine Bulle? Ne, viel schlimmer, ich bin dein Vater. Mein Mann geht's nicht gut. Wenn er tot wäre, könnte ich dich lieben. Aber er ist nicht tot. Romy hat angerufen, holst du sie bitte ab? Ich hab gleich meine Magen da aufspiegelungen. Du bist ihr Vater. Wir geben mir jetzt gleich was zum Einschlafen und dann... Schieben wir meinen Schlauch in den Hals und einen in den Hintern. Wirkt wahrscheinlich bei mir gar nicht wegen meiner Kiffe. Sie wollen Selbstmord begehen. Hab ich wirklich schon dran gedacht. Wissen Sie, was ich Ihnen rate? Machen Sie im Irland ein Ende. Ich komm nicht online. Das ist alles so grotesk. Wie neu geboren. Vitamine, Elektrolyte und und und. Damit haben die sogar Michael Jackson reanimiert. Also, versucht. Ist das echt, was wir hier gerade erleben? Haben Sie eigentlich auch manchmal das Gefühl, der Leben sei wie ein Film? Ja, hab ich. Ich hatte auch mal ein Gesicht und einen Körper, bevor Ihnen zwei Kinder ausgelutscht haben, die mir jetzt auch den Kopf umteißen. Im Dunkeln siehst du aus wie früher. Ja.